Was ist das, was du mit dem Auto gehst? Nicht nur von Berufs wegen, sondern weil es auch mein privates Hobby und auch meine Leidenschaft ist, habe ich eine positive Beziehung zum Auto. Es macht Spaß zu fahren. Ich bin allerdings auch nicht ideologisch. Ich fahre auch gern Zug und ich fahre auch gern Roller. Es soll das Verkehrsmittel sein, was in dem Moment das Richtige ist. Wir werden eine Weiterentwicklung bei den Umwelttechnologien sehen. Es ist das Gebot der Stunde, die CO2-Emissionen nach unten zu fahren. Darüber hinaus müssen aber auch die Emissionen im Übrigen, insbesondere die Stickoxide, weiter reduziert werden. Das wird sich niederschlagen auf die Antriebssysteme. Wir werden eine Verbesserung des Verbrennungsmotors sehen. Wir werden aber mehr und mehr alternative Antriebe, besonders die Elektrifizierung, sehen. Das wird das Auto bestimmen. Und über diesen Umweltaspekt steht die Digitalisierung, das heißt die Vernetzung und das automatisierte Fahren im Vordergrund. Wir haben den Anspruch, dass wir mit unseren heimischen Herstellern und mit unseren heimischen Zulieferern die Pioniere der Mobilität der Zukunft sind. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Keiner baut bessere Autos und keiner hat bessere Zulieferer als Deutschland. Wir sind weltweit vertreten. Das ist eine super Ausgangslage. Und jetzt kommt es darauf an, die neuen Kompetenzfelder zu besetzen, insbesondere Softwarekompetenz, die Digitalisierung. Um diese Aspekte müssen wir uns anreichern. Das muss eine neue Wertschöpfungskette sein, unserer Hersteller und der Zulieferer. Digitalisierung ist ja schon jetzt kein Fremdwort. Wenn man die vielen Assistenzsysteme berücksichtigt, wie ABS, wie den Spurhalteassistenten, wie den Bremsassistenten. All das baut auf digitaler Kompetenz auf. Elektronik macht eine wesentliche Wertschöpfung im Automobilbau aus. Deswegen ist die Ausgangslage gut. Und jetzt müssen wir weitermachen. Im Carsharing, im Free Floating Carsharing sind wir führend. Wir müssen jetzt die Autos untereinander vernetzen. Wir müssen die Autos mit der Infrastruktur vernetzen. All das haben unsere Unternehmen auf dem Schirm und das Rennen ist offen. Wir brauchen jetzt auf Sicht einige Anpassungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen im Straßenverkehrsrecht. Besonders wichtig ist die Versorgung mit Breitbandinternet. Vernetzte Autos basieren auf einer guten Breitbandinternetversorgung. Das ist das Fundament. Und hier hat der Staat in Kooperation auch mit den Kommunikationsunternehmen die Aufgabe, dieses Fundament zu legen. Das brauchen wir damit das Automobilland Deutschland auch ein Botschafter für die Automobilindustrie ist, weltweit.